Servus liebe Trader, heute möchte ich euch zeigen wie ihr den Easy Scan nutzen könnt, um aktuell spannende deutsche Aktien mit attraktiver Dividendenrendite zu finden. Gerade wenn es darum geht ein passives Einkommen aufzubauen mit einem Depot, dann kann euch dieses Tool mit wenigen Klicks sehr gut dabei helfen. Ich bin hier auf aktie.traderfox.com auf unserem Aktienterminal schon eingeloggt, habe das Morningstar Datenpaket Add-on und dann kann ich auch diesen Easy Scan hier oben nutzen. Ich klicke hier einfach mal auf neu und was ihr schon seht, es gibt hier verschiedene Kästchen, die ihr einfach per Mausklick auswählen könnt, um zunächst einmal ein Aktienuniversum auszuwählen, das ihr beobachten wollt. Wir können zum Beispiel einfach sagen, die 300 größten deutschen Aktien nach der Marktkapitalisierung, dafür steht dieses MC, die möchte ich im Blick haben. Ich klicke sie an und sofort in Echtzeit schaltet hier die Tabelle auch unten um. Jetzt möchten wir aber vor allem wie gesagt Dividendenaktien haben und da müssen wir dann vor allem fundamentale Kriterien berücksichtigen. Beim Easy Scan kann ich hier sowohl fundamentale als auch technische Parameter eingeben, je nach Belieben, die Auswahl ist hier sehr groß. Ich kann auch Chart-Signale berücksichtigen, gerade für Trader immer wieder interessant, welche Aktien brechen zum Beispiel jetzt gerade auf neue Hochs aus. Wir bleiben aber jetzt hier mal bei den fundamentalen Aspekten. Ich kann hier zum Beispiel auch Bewertungskriterien eingeben, wie das KUV und KGV, sagen wir zum Beispiel einfach mal, wir wollen auch keine zu teuren Aktien haben, zum Beispiel das KGV für dieses Jahr soll kleiner als 20 ausfallen zumindest und dann eben die Dividendenrendite für dieses Jahr, die soll zumindest bei 3% liegen. Auch da kann ich nehmen, größer als 3% und jetzt wollen wir nicht nur, dass die Dividendenrendite für dieses Jahr hoch ausfällt, sondern wir wollen auch, dass die Dividende in den letzten Jahren gewachsen ist. Das können wir mit einem geometrischen Wachstum bei der Dividende zusätzlich sicherstellen. Das finden wir dann hier unten nochmal, da gibt es weitere Parameter für die Dividende, zum Beispiel das Dividendenwachstum geometrisch auf Sicht der letzten 5 Jahre. Da sagen wir einfach mal, das soll bei zumindest 5% gelegen sein und da steht uns diese vorgefertigte Auswahl jetzt nicht zur Verfügung, darum gehen wir einfach auf eigene Parameter definieren. Seht schon, ich habe es für Testzwecke schon einmal eingegeben, einfach hier von 5% bis unendlich, Änderungen speichern, beziehungsweise weil ich es schon erstellt habe, muss ich es hier auch auswählen. Es erscheint dann, wenn ihr es mal eingegeben habt, auch gespeichert hier unten auf und dann wird diese Auswahl auch sofort angepasst. Wir haben jetzt zum Beispiel auch die Möglichkeit, noch Zusatzinformationen einblenden zu lassen, ohne dass hier Filter erstellt werden. Beispielsweise wollen wir die Dividendenrendite für das letzte Jahr sehen, aber wir wollen sie nicht bei unserem Screening berücksichtigen, indem dann die Auswahl unten eingeschränkt wird. Klingt kompliziert vielleicht, wir klicken hier jetzt einfach mal hier bei Dividendenrendite letztes Jahr auf das Computersymbol und was jetzt passiert, ohne Einschränkungen oder ohne Einfluss auf diese Tabelle hier unten, wird uns dieser Wert einfach nebenbei in der Tabelle auch nochmal eingeblendet. Jetzt sehen wir zum Beispiel eine Allianz, die charttechnisch gerade auch einen sehr guten Eindruck macht und auch eine Outperformance gegenüber dem DAX zeigt. Wir haben zum Beispiel hier die Dividendenrendite für das letzte Jahr eingeblendet, für dieses Jahr soll sie bei 5,2% liegen in etwa. Wir haben jetzt gestern erst wieder Analystensupport bekommen, morgen Stanley ist Bullish für die Versicherungsbranche in diesem Jahr. Mitunter die Allianz dürfte von steigenden Versicherungsprämien profitieren, die steigenden Zinsen wirken sich positiv aus und generell müssen sich Unternehmen auch in vielen Bereichen immer mehr gegen neue Bedrohungen schützen, sei das jetzt Klimakatastrophen, Cyberangriffe und generell die Versicherungsbranche hier aktuell ganz Bullish unterwegs. Wir wollen jetzt die Allianz aber vor allem als Dividendenperle auch ein wenig genauer durchleuchten und das können wir ebenfalls machen, indem wir hier jetzt zum Beispiel einfach auf die Easy in der Aktie draufklicken. Wir kommen dann nämlich sofort wieder zum Aktienterminal zurück, aber sind jetzt nicht mehr in der Spalte vom Easy Scan, sondern bei Daten und Graphs. Sehen wir jetzt nochmal die historische Geschäftsentwicklung, die Erwartungen der Analysten, wie soll sich Umsatz und Gewinn entwickeln in den nächsten Jahren, wie sieht es auch nochmal mit der Dividendenrendite aus. Und da kann ich zum Beispiel auch nochmal gezielt drauf eingehen bei den Visualizations, wo es einen vorgefertigten Dividendencheck gibt. Das ist einfach ein Scoring-System, das vergleicht innerhalb eines Aktienuniversums, also hier jetzt Allianz bezogen im Vergleich zu den 100 anderen volumenstärksten deutschen Aktien. Wie gut schneidet die Allianz da bezogen auf den Durchschnitt ab oder auf die restlichen Marktteilnehmer? Und da gibt es derzeit eben 14 von 15 Punkten. Umso grüner der Balken, desto besser ist die Aktie innerhalb des Universums auch positioniert bei den einzelnen Parametern. Wir sehen zum Beispiel die Dividendenrendite ist nicht nur hoch, sondern auch die Dividendenkontinuität kann überzeugen. Seit 13 Jahren wird die Dividende zumindest gleich belassen oder auch angehoben. Das ist natürlich wichtig für ein Langfristdepot und mehr oder weniger auch so ein gewisses Qualitätskriterium, das ich hier nochmal gezielt berücksichtigen kann. Ihr könnt dann zum Beispiel auch sagen, gemessen am Dividendenscore, wo gibt es denn die aktuell beste Aktie? Schauen wir mal ganz kurz die Münchner Rück, also auch hier Versicherungsunternehmen, gerade hier darauf bezogen eine sehr interessante Peer Group. Alles was ihr benötigt, um den Easy Scan nutzen zu können, die Aktien genau zu analysieren, ist das Add-on zum Morningstar Datenpaket. Alle Informationen findet ihr auf home.traderfox.com. Dort könnt ihr nach unten scrollen zu unserer Produktübersicht. Hier haben wir zum Beispiel auch die Softwareangebote mit dem Morningstar Datenpaket. Dieses ist für 19 Euro im Monat erhältlich. Wie gesagt, neben dem Aktienterminal gibt es dann zum Beispiel noch weitere Screening-Tools wie Aktienrankings, das Portfolio-Tool, Systemfolio. Alle näheren Informationen gibt es da auch nochmal gezielt unter der Spalte Applikationen, wo das nochmal Schritt für Schritt aufgelistet ist. Ich verlinke euch aber auch einige weitere Anleitungsvideos in der Beschreibung. Da könnt ihr euch die Funktionen der einzelnen Tools nochmal genauer erklären lassen. Ich wünsche euch an dieser Stelle viel Spaß beim Screenen und dann viel Erfolg beim Traden und Investieren.